Hallo, hier ist Plaßmann. Hallo, Plaßmann. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja. Hallo, Plaßmann. Wir haben hier eine Beschwerde vom Landratsamt und so und zwar geht es hier um eine Tonne Beton, die uns gestern Nacht gestohlen wurde und eine Tonne Beton, eine Tonne Beton ist gestern aus unserem Lager entwendet worden und hier hat jemand eine Anonyme Anzeige erstattet und zwar sieht es jetzt so aus, dass sie mit ihrem Zement bezahlt werden. Und Entschuldigung für meine Sprachfeder, ich bin gerade ziemlich voll und sieht jetzt so aus, dass wir erst mal ihre Kontonnummer bräuchten. Ja, klar. Hallo, will ich mich verpassen? Nee, ich will ficken, Mann. Ficken? Was, wie? Nun mal, dürft ihr sie kurz mit meinem Angestellten verbinden? Ich geb's mich noch eine Sagen zu klären, auch im rechtlichen Sinne. Oh, das ist jetzt so ernst. Warte mal, nur mal unterdrücken. Noch mal. Meinst du, es wird doch okay, jetzt nochmal hin? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Warte mal. Wett mal, der muss es ungefähr so dumm sein. Wett mal. Ich hab nichts gemacht. Jetzt geh ich ran, okay? Warte, warte, warte. Okay. Okay, nur mal es unterdrückt. Schatzmeier. Was, was du? Schatzmeier war ich. Wann dran 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 dran? Ja, ja. Lautsprecher sein, bitteschön. Entschuldigen Sie meine Stimme, ich bin nicht tot. So, und müssen wir nochmal auflegen, wir werden richtig, äh, richtige Schütteln. Schatzmeier, mein Name, wir sind vom Landratsamt. Es geht um eine Tonne, eine Tonne Beton, die Sie gestohlen haben. Sie werden mit Ihrem Zement bezahlen, Alter. Äh, Sie müssen mit Ihrem Zement bezahlen. Ja, wie viel denn? Ja, 100.000. 100.000? Ja. Ja, bitte, wir werden schon 5,000 Euro. Was, was soll das sein? Ich hau dir auf die Presse, du Scheißbettel. Das war dann Koni, oder? Ja, aber... Das war nie, was du kosten. Das ist ja wahrscheinlich, guck, Schatz, geh mal zurück. Wie geil. So geil. Was machen wir nun jetzt? Schade. Jetzt hat die meine Handy-Nummer und wird mich wahrscheinlich gut zerranken. Mann, nur muss es unterdrückt machen. Ja, aber vorher hat er ja... Ja, egal. Wenn dich jemand anruft mit der Nummer, dann... Ich speichere mit den Nummern rein, oder weiß ich welcher. Richtig. Ach, Mann. Jetzt bringen wir unseren Zementen in der Welt. Das war scheiße. Ja, egal. Wir machen Scheiße. Wir machen einen Zement-Zahn. Wie doof kann man sagen? Wir müssen mit einer Zement-Zahn. Bäh. 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 Was macht ein Jahr, das ist irgendwie... Geil. Geil, was soll ich denn informieren, würde ich sagen. Entschuldigen Sie, ich bin besoffen. Ich bin gerade ziemlich... Wo hast du meine Nummer her? Äh. Zu geil. So war echt. Nee, das... Das ist ein Knot, Mann. Das ist ein Knot, Mann. Keine Ahnung. Das ist Knot. Warte. Was... Warte. Läuft die Kamera eigentlich noch? Keine Ahnung, ich mach's immer raus. Yes. Vielen Dank.